Ihr wolltet schon immer mal euer Garagentor smart öffnen via Sprache oder via App. Ganz einfach geht das mit dem Marrows smarten Garagentoröffner und genau um dieses Produkt soll es heute im Deal des Tages gehen. Ich wünsche euch viel viel Spaß dabei. Der smarte Garagentoröffner von Marrows ist ein Produkt, was uns schon richtig lange begleitet und zu dem wir mittlerweile extrem viele Erfahrungswerte sammeln können. Zunächst einmal ist dieses Modul gar nicht groß, es ist ein kleiner Zwischenstecker, den ihr im Prinzip in eure Garage ganz einfach einbringen könnt und wenn ihr das getan habt, dann ermöglicht er euch, dass ihr natürlich eure Garage smart bedienen könnt. Normalerweise kostet das Modul satte 50 Euro, heute allerdings im Deal des Tages bekommt ihr das Modul 32% günstiger, heißt für 34 Euro könnt ihr eure Garage smart machen. Wer den smarten Garagentoröffner haben möchte, nutzt diesen Deal definitiv. Den Link natürlich zum Deal habe ich euch einmal in die Infobox gestellt. Dort gibt es auch noch mal alle technischen Details. Ich weiß allerdings wie immer nicht, wie lange der Deal online ist. Das richtet sich immer so ein bisschen nach der Komplettauslastung. Von daher, wenn ihr das Ding haben wollt, holt es euch definitiv. Welche Vorteile von dem smarten Garagentoröffner konnten wir feststellen? Die smarten Vorteile des Garagentoröffners liegen schon fast auf der Hand, sind aber im Alltag noch viel, viel extremer, als ich das am Anfang erwartet hätte. Denn ihr nutzt ihn wirklich sehr, sehr häufig, wenn ihr ihn einmal eingesetzt habt. Nicht zuletzt, wenn man mal vergisst, die Garage zuzumachen. Das einfach mit einem Fingertap über die App regeln zu können, ist schon mal sehr, sehr viel wert. Und dann geht es natürlich auch ganz einfach, das Ganze via Sprache einfach aufzumachen, bevor ihr rausgeht. Und natürlich könnt ihr auch jetzt, wo es den Amazon Echo Auto endlich erhältlich gibt, ganz einfach via Sprache euer Garagentor öffnen, wenn ihr noch im Auto sitzt. All das funktioniert wirklich reibungslos und ohne Probleme. Und mittlerweile ist das nicht nur mit dem Amazon Echo kompatibel, sondern auch für alle, die einen Google Home nutzen. Google Home ohne Probleme kompatibel und sogar Samsung SmartThings ist mittlerweile kompatibel, was ich extrem gut finde und was sicherlich noch mal die gesamte Bandbreite um einiges erweitert. Verarbeitungstechnisch ist der smarte Garagentoröffner super gut gelungen. Wie viele Produkte von Meros haben wir hier ein sehr, sehr qualitativ hochwertiges Produkt, was sich allerdings auch sehr einfach einrichten lässt. Ich habe euch damals die gesamte Einrichtung einmal im Video gezeigt. Checkt das definitiv einmal aus, wenn ihr euch das noch mal in Ruhe anschauen wollt. Kurz gesagt, es funktioniert fast im Plug and Play Modus und man kann nicht viel verkehrt machen. Das ist ganz wichtig. Und dann habt ihr eure Garage innerhalb von wenigen Minuten schon smart gemacht. Der smarte Garagentoröffner lohnt sich definitiv für jeden, der schon immer mal seine Garage mit leichten und vor allen Dingen finanziell günstigen Mitteln smart machen wollte. Nutzt dafür auf jeden Fall den Deal. Wie gesagt, 32% ist das Ding heute günstiger und der Link zum Deal ist einmal in der Infobox für euch und dann spart ihr jede Menge Geld. Und wenn ihr Fragen und Wünsche habt zu diesem Produkt, alles einmal in die Kommentare und ich versuche wie immer, wie ihr das von mir kennt, so schnell wie möglich auf eure Fragen zu antworten. Bis dahin würde ich mich natürlich auch unfassbar freuen, wenn ihr mir hier ein Abo dalasst, die jeden Tag in der Woche gibt. Es sind alle aktuellen News, Reviews, Deals und so weiter aus der Smart Home und Technikwelt. Ihr verpasst nichts mehr, von daher lasst unbedingt ein Abo da und bleibt immer auf dem aktuellsten Stand. Bis dahin würde ich mich auch unfassbar freuen, wenn wir uns natürlich heute Abend wiedersehen bei Twitch. Heute Abend geht es wieder los im Livestream. Ein kleines bisschen später als sonst gewohnt. Ungefähr um 21 Uhr startet der Stream. Link natürlich zu Twitch auch einmal in der Infobox für euch. Genauso wie der Link zu Telegram. Auch dort würde ich mich unfassbar freuen, wenn ihr mitmacht bei der Community zum Thema Smart Home und Technik, Fragen und so weiter. Super Erfahrungsaustausch, nutzt das definitiv. Link wie gesagt auch in der Infobox für euch. Bis dahin wünsche ich euch viel, viel Spaß mit der Technik. Ich freue mich auf das nächste Video. Passt auf jeden Fall. Bis dahin auf euch auf und bleibt gesund. Bis zum nächsten Video. Ciao. Ciao.